Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass auch die Beiträge, die zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel diese kleinen Videos, von den Kommunen mitgenutzt werden können. Und wenn da eine Sehenswürdigkeit besonders toll dargestellt wird, es sind ja auch viele Drohnenaufnahmen gemacht worden, dann kann diese Aufnahme auch für die Kommune zur Verfügung gestellt werden. Die kann es auf ihrer eigenen Website verwenden, spart dadurch Geld. Also das ist ein Mehrwert für viele. Ein kleiner Klick genügt. Man kann Suchbegriffe eingeben, man sieht, wo was zu finden ist, welche kulinarischen Highlights haben wir, welche Sehenswürdigkeiten, welche Feste können wir feiern, wie ist die Tradition in Oberfranken. Also das ist etwas, was für alle was bringt, für die Oberfranken an sich selbst, aber auch für die Menschen von außen, die zu uns nach Oberfranken kommen. Und das soll natürlich auch die Region und die Wirtschaft hier stärken.